Galaxy on Fire bei Manticore. Irgendwie doof, ne? Willkommen zurück bei Galaxy on Fire, Manticore. Wir gehen fast blind rein. Ein Sprung an den Punkt, an den die Lieferung gebracht werden sollte. Hoffentlich führt uns das näher zu Chagall. Und nicht in eine schreckliche Falle. Wenn wir Glück haben, sind diese Zwillinge momentan dort. Ein paar Vosk-Geschwister mir schon zu lange ein Dorn im Auge sind. Man sagt, das Glück sei mit den Tüchtigen. Wir werden es sehen. Neo-Vegas Blarek Tja, neue Waffe, neues Glück, weil ich eigentlich die Waffe jetzt ausgewählt gehabt habe. Die Station's Power ist being drained and redirected by these retrofitted Transformers. Some appear to be Dummies hooked up to Alarms. I'm also picking up massive readings of Glow, similar to the readings from the Shattering. Whatever they're trying to do, I think it's a good idea we stop it. Target the Transformers. Okay. Wo fangen wir nochmal an? Hier ist schon welche hinein. Kann ich die denn targeten? Gehst du von mir? Nein. Ah, der da. Okay, jetzt haben wir da die nächsten. Ah. Na komm. Die schnappen wir uns auch noch. Da wollen wir den nächsten Transformer. Da. Ah, das ist doch... Das ist eine easy Mission. Da war ich jetzt gerade. Wow, wow, wow. Alter, ist der schnell. Wow. Alter, sind die schnell? Wo ist er? Okay, einer weniger. So, nächster. Da ist er. Meine Schilde geht nicht so schnell kaputt. Ach, da fliegt jemand mir vorbei. Das ist ja nett. Alter. Ey, bist du an Solo oder was? Anakin Skywalker. Sag es an. Danke. Und der nächste ist... Ja. Ach, geschafft. Cool. Willst du gleich schon zum Angriff kommen, ne? Ein bisschen unrealistisch. Aber gut. Das ist halt Fliegerasse, ne? Okay, du bist als nächstes dran. Ich mach' ein extra Bogen. Und... Und... Ja? Ja. So, hab' ich dich. Such' und zerstör' den Transformer. Transformator. Transformers. Und du kannst der nächste sein. War'n falscher. War'n falscher. Wo ist der richtige? So, Jungs. Dann wollen wir mal kämpfen, ha? Lass mal die Katze aus'n Sack. So. Na, komm. So, und wo ist der nächste da? Na, komm. Leider keine Raketen dabei. Kein Problem. Ja, komm. Noch keine Raketen. Naja. Das ist voll ärgerlich. Ich muss die nach und nach... Kann ich gleich die richtigen erwischen, ne? Na, komm. Komm. Ah. Ach, guck dir an. Alter, was? Du bist da durchgeflogen? Du bist eine kranke Sau. Wo bist du? Da. Ah, ich hab' gar keine Munition mehr für Raketen. Ha! Wie schön. Was auch keine, ne? Schade. So, wo ist der nächste? Na, komm. Ja, was? Hast du Angst, ne? So, wo, 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 wo? Na, komm. Dann ist der gut. Nicht gut genug gegen den guten Torplay. Wenn ich immer automatisch drehen würde, wäre das viel einfacher. Achso. Bist du jetzt der letzte oder muss ich dann nochmal kämpfen? Ich hätte gerne Munition gehabt, ne? Wollte ich nochmal anmerken. Stations-Power properly restored. Whatever they were doing, they are doing it anymore. Aha. Na? Flarek. Antichor. Wir haben die uns gefunden. Tja. Was, das sind zwei? Okay, jetzt. Komm, jetzt richtig. Na, komm. Flarek, don't speak to me like that. Okay. Ich muss die anderen angreifen. Wow. Komm. Ah, jetzt der andere. Oh. Na, komm her. Ist zwar nicht der Boss, aber egal. Anscheinend Unterstützung. Nein, das ist der falsche. Ich habe den falschen erwischt. Komm. Die schnappe ich mir. So, den haben wir. War da eine Kiste? Nein. Schade. Welcher von euch Beinen hat Schild? Du hast Schild. Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Ah, ist das nervig. Oh. Komm her, mein Sitter. Komm. Wo ist er denn? Ja? Ah, da. Vielleicht wäre jetzt hier in dem Augenblick mal Plasma nicht angebracht. Sondern die andere, liebe, gute Waffe. Wieso, wer es mal suchen muss. Das ist der. Geil. Das gibt's nicht. Das bringt mich nicht weiter. Hat auch ein Schild. Oh. Alter. Moment. Der falsche. Ich such doch... Ja, ich such doch die hier. Hier sollten wir jetzt erstmal... aus den Augen gehen. Was ist das hier? Ist das hier noch weibend? So. Will ich den nächsten hier weg haben? Wo ist er? Und weg mit dir. Und wo bist du? Wo bist du da? Na, komm her. Na, komm her. Schnucki Putz. Jawohl. Jetzt hab ich dich. Nur noch einer. Ah, danke für die Raketen. Ah, es kommt echt schon wieder ein Nachschubler. Wieso hat der denn jetzt schon wieder ein Schild? Wieso sind hier schon wieder so viele Typen? Wow. Der hat mich geblendet. Ein Blender. Gibt's doch nicht. Wieso kommen hier schon wieder Nachschubler? Das ist so ätzend. Ja, genau, du. Alter, du bist so ein Feigling. Kannst ja mal vollknicken. So. Na, komm. Na, komm. Du bist der Andere. Ihr könnt euch nicht. Ihr könnt euch da nicht teilen. Also ich muss immer wechseln. Und am besten wäre, wenn ich beide zusammen hätte. Ist das? Alter! Das ist die erste Mission, die mal ein bisschen schwerer ist. Meine Flügelmänner können mir auch nicht so wirklich helfen. So. Du bist der Falsche. Bist der soweit der Richtige? Du hast jetzt gerade kein Interesse an mir, ne? Nein. Gibt's nicht. So. Oh, die beiden auf einem Haufen. Oh. So, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Oh, du bist doch so eine Sackrette. Okay. Den haben wir. Okay. Wo ist er? Wo ist er denn, der hat mich angeriffen, ne? Komm her, du kleiner Falkling. Das bist du. So. Du bist da. Versteckst dich da, ne? Naja, komm. Ist kein Ding. Oh. Ähm. Prost. Das ist fies, die Mission, wisst ihr das? Okay, ich bin einfach auf Konfrontationskurs gegangen. Ja, ich bin direkt drauf. Aber ich sag's jetzt ganz ehrlich. Nächste Folge schauen wir uns das ganz normal an. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin Eutro. Hört rein. Tschö, tschö.